ja genau ja die hat ja schon gesehen die sind eigentlich finde ich ja die sind schon cool aus besonders mit diesen led effekt finde ich ja ich persönlich auch sarah kann stolz mit jahre ja genau das hat mich jetzt schon gewundert ich habe man jetzt hat jetzt aber die tochter ich habe ja doch dieses lichtding geholt wo du achas wurde und du hast mich gewundert das war es gar nicht scheiße aber jetzt hat die tochter mit dem zimmer ich muss man den 4 ohne achens besteller irgendwie komischerweise dann angenehm als wir den astronauten geholt nee ich hab nur dieses ganz normale standard ding geholt astronaut kann ich dir zeigen ja von amazon das ist so ein kleiner astronaut quasi da kannst du den kopf so richtig schön 360 grad mäßig drehen und das jetzt quasi positions licht raus das heißt es spiegelt sich im helm quasi einerseits und andererseits wirft er das nicht schön raus also das ist cool ja das muss man ja ich hört nur das ganz normale so scheiße ja ich habe ich es ist jetzt nicht anders als allen dingen im grunde noch machen die alle dasselbe ja aber so von vom anblick her ist und die kohle abseits und ist gut ist halt dass wir denen wirklich so so 360 grad mäßig und drehen kann so wissen ja das ist geil weil das war hier ein bisschen blöd weil ich heute das ich hatte wirklich die möglichkeit für das der irgendwo hinzustellen aber das könnte ich dann ja irgendwo in die eckstelle ja das wäre geil das wäre hier viel besser weil hätte ich hier mehr möglichkeiten im wohnzimmer boah wie stoppt dann die ball boah wie stoppt dann den hacken irgendwie kann ja wahrscheinlich hat so fest der kam der war fest genug scheiße abgefüllt ja nicht immer satt getroffen so gut video in bunt und farbe mit ton gxxl jungen jahre paar highlights dabei wo ist denn das sieht auf dem weg zum hat trick daran arbeiten jetzt scheiße das war schon unge oder ja aber hoffentlich ein positives unten das gibt ja positiv und negativ das stimmt scheiße ja als polizist würde ich dir sagen vielleicht sollten sie auch mal ihre art überdenken vielleicht liegt das auch an ihrem charakter dass ich die scheiße anziehe wissen sie einmal da sagt man okay der ist vielleicht krank gewesen derjenige aber wenn es ihnen schon zwei Leute angedroht haben das stimmt dann muss das an ihnen liegen wahrscheinlich weil die suchen sich auch immer dann leider so eine Opfer aus wo sie denken mit denen könntest du es machen das stimmt ja ich weiß ja nicht wie du damals warst ob du da so ein duckenhäuser warst oder so gut das in der wohnung ja da war ich eher so der ruhige eigentlich das andere war ja glaube ich wirklich zufall im Endeffekt einfach nur gestanden und dann ist er doch vorbeigefahren hat uns gesehen das war glaube ich einfach ja zur falschen zeit am falschen ort ich war gerade am fahrern also ich denke jo eine Minute früher scheiße das ist auch hoßhaut die hat gerade meine Freundin umgebracht jo das war schon vielleicht hat er das wirklich gedacht vielleicht hat er die bewusstlos geschlagen oder so jo das kann natürlich ja schon sein weil es war ja was vorgefallen ja aber wie soll man denn hat er sie vielleicht vorher gehabt aber noch zu erschießen oder was tja ja 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 dann viele Jahre später wie was anderem man brauche hallo scheiße hat er besser gepfunden obwohl s review noch geld das war ja nicht an die flanke eigentlich noch vorne auf die gezielt nicht kommen ja gerade mich geführt ja der kopf war ganz komisch jetzt passiert nichts mehr jetzt passiert nichts mehr und dann kommt er so viel passen nächstes jahr nicht kiefer heißen sondern ich glaube die uhrzeit wurde bett auf immer gleich oft taucht weil ihr spiel fertig ist die spieler ab heute stimmt ja 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 aber egal wie lange der normale mal geht na ja kommt immer drauf an also ich bin so zwei stündchen und dann so haben sie meistens doch ist also ja ich glaube nicht dass da muss ich dann noch arbeiten und das heißt ja ich habe was gesagt sie sagen jetzt wirklich da ist mir viel wichtiger ja ich weiß nicht schon die trennen heute ich auch mal die lucht weg wo man da ja so oft aber jetzt letzter Zeit habe ich irgendwie auch noch mal so ein bisschen lucht ja man hat ja auch noch irgendwie ein ziel man möchte ja noch mal höher kommen als ja das wäre schön höher als liga 5 ich hatte viel gefehlt aber rein theoretisch müsste ich gleich mal mein level abkriegen hat mir viel gefehlt scheiße ist noch keiner da das war voll gut dass du ihn gefault hast dann ist der dicken gefault da werden wir nicht durchgewiesen als gelb rote gehen schon du hast schon geld jetzt sind es aber schon auf brust aus jetzt grätschen so futter k futtermokka ja wir wissen alle was heißen soll oh scheiße zu spät kacke was macht es denn was mache ich dann das war wieder so dumm ich hab's ja genau gewusst wir haben mich davor gewarnt die lange piste sind bei mir kacke ob es heute macht nicht wieder in den letzten minuten da war das jetzt schon wieder gut hey das war faul für mich nein 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 jawohl was macht er dann ja jetzt zauberer sein das war ja 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 eine wende fragen die sich wie konnte war wohl nichts mit xxl ja Ihr habt 23 cm? Wir haben dafür 24 cm, oder? Stimmt, das waren wir ja die. 4 23 cm. Ja, genau. Der Ener heißt Schwengel auch. Ja. Ja, dann haben wir es geteilt. Der Schwengel. Das ist natürlich sonst noch. Noch nicht, aber gleich. Ja, ja. Also jetzt umgekehrt, da passiert nichts mehr. Das ist vielleicht noch 2-1, aber... Wie viele Schöße hatte Futter? Keine Niederlage. Sieben Schöße, das ist was von. Nix gebrungen. Scheiße. Och, scheiße, ich hab mir gedacht, der kommt auf mich. Ja, manchmal zieht er dich zu Hause. Ja, das ist. Nein. Ich hab's nur gesagt, 2-1. Alter, mir haben geungt. Warum ungema dann? Weil wir uns sicher gefühlt haben. Ja. Jetzt wirklich nur hinten rumschwirren. Ja. 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 2 Punkte. Endlich, endlich, endlich. Dann haben wir jetzt 7 Punkte. Ich glaube, 8 Punkte brauchen wir für den Nicht-Abstieg, oder? Ja, eigentlich schon. Ach so, wir haben aufgezeichnet. Sau gut. Wir haben sie aufgezeichnet. Ja. 2 Spiele. Ach du Scheiße. Ja. Zurecht. Wow. Oh Mann, wir brauchen 2 Punkte. Ey, 1 Punkte aus 2 Spielen. Oh Mann. Oh Mann. Ja, das ist ja so. Ich hab ein Level abgehört. Ist gut, dann mach ein Upgrade. Ja, dann geh ich auf den Buger. Ja, dann geh ich auf den Buger. Aber ich habe einen D noseelbegeist.